Hallo hierhin und weiter geht's mit Marvel Sturm der Superhelden. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier auf jeden Fall den schwersten Gegner. Gucken, was wir gegen den so reißen können. Ich bin gespannt. Wollen wir es einfach so probieren? Ich würde sagen, jo, so probieren wir es. Hm, dann lassen wir es, glaube ich. So, würde ich sagen, zocken wir. Checken das einfach mal ab. Gucken, was wir da so reißen können. So, unser Hawkeye fängt gleich mal an. Checken wir gleich mal ab, was der so hier aufs Parkett feuert in der ersten Runde. Boah. Alter, was war das denn? Schon wieder. So, der war erstmal wichtig. Ah, jetzt ist es echt ganz schön knapp, muss ich sagen. Komm, blocken. Oh, Alter, hör doch mal auf. Wieder so eine knappe Runde hier. Naja, war auf jeden Fall derbe. 15 zu 39 ist jetzt nicht gelbe vom Ei, aber deshalb haben wir auch verloren. So, weiter geht's. Nächster Kampf. Neuer Kampf, noch mit Glück, würde ich sagen. Checken wir mal ab, ob wir jetzt eventuell gewinnen. Wäre auf jeden Fall richtig geil. Ah, knappe Kiste. So, schönes Ding auf alle Fälle. Fetter Kampf, halt mich auf jeden Fall zurückgekämpft. Jetzt kommt's auf die letzte Runde an. Unser Wolverine hat auf jeden Fall super Arbeit geleistet. Zwei Treffer, nur eine steckt. 42 ausgeteilt. So, dann checken wir gleich mal den nächsten Gegner hier, den Iron Man. Gucken, was wir mit dem so veranstalten können. Bin ich mal gespannt. Komm schon, komm schon, komm schon. So, schönes Ding, der war wichtig. Ah, ich wollte nochmal einen harten Schlag hinterher feuern, aber es hat nicht geklappt. So, jetzt hat er wenigstens gesessen. Alter, das Ehren jetzt. Jo, geiles Ding, haben wir doch noch geschafft. Coole Sache. Ich bin mal gespannt, wie viele Schlähe wir ausgeteilt haben. Mit unserem Punisher bin ich auf jeden Fall richtig gespannt. Müssen wir mal gucken. 66 Schlähe. Der hat auf jeden Fall gut Ballett gemacht. Der Kollege sieben Treffer hat eingesteckt. Von daher haben wir uns auf jeden Fall richtig gut verkauft. Entspannter, naja, entspannter Sieg war es nicht. Aber auf jeden Fall ein verdienter. So, dann gehen wir hier auf weiter und checken auf jeden Fall, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht. Das werde ich euch dann natürlich im nächsten Video zeigen. Ich wünsche euch mal bis dann. Tschö.